Oh mein Gott Das musst du sehen, komm her Ja, ich kann jetzt nicht Ich versuche jetzt irgendwie das mit den Items hinzubekommen Alter, wie geil Ich versuche jetzt nicht Verdammt. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Das ist doch nicht. 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 Das ist doch nicht euer Ernst. Ich will doch nur einen zähmen. Warum müssen da gleich 5 sein und 3 gleich wieder einen töten? Oh Mann, mein Spielpack zum... Ich hab kein Bock mehr. Oh Scheiß. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh geil. Oh geil. Das ist doch nicht euer Ernst. Auf welchen Koordinaten bist du ungefähr? 50-50. Das ist doch so richtig so richtig so, als wenn du sagst, so richtig reinrassig tag. Warte. Warte, ich sagte die genau... Das ist doch nicht euer Ernst. Es ist 45, 45. Und dann siehst du sowas lilanes. Und das geht richtig tief runter. Alter. Da kommst du mal hin. Das sieht jetzt wieder reinrassig so aus wie Endboss. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Oh, ich werd hier direkt wieder angegriffen. Das kommt mir eher so vor wie... Alter. Wie der Endkampf von Lara und Nutline Underworld. Oh mein Gott. Ich hab jetzt wirklich einen Ark gefunden. Ah. Warte. Wo bist du? 45, 45. Warte. 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 Wir machen hier noch keine Bosse. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht bringen. Man erwirkt uns. Wieso? Wir müssen uns jetzt gleich mit eingliedern. Weißt du, bis wann es soweit ist? Ich wollte dann mit einem im Januar anfangen. Bis wir die Bosse haben, okay. Das dauert ja bei uns ja. Bei unserem Aufladeverhältnis. Da geht's nicht tief runter. Ja, so lila, ne? Mhm. Wenn du unten ankommst, sagst du Bescheid. Du siehst doch dieses Skelett, ne? Oder noch nicht? Da landest du drauf. Und hier ist alles voller Drafen. Wo bist du? Kaum ja geflogen. Ich glaub, ich hab da eben schon was grünes gesehen. Das könntest du sagen. Schießt du mich? Schießt du mich? Weiß nicht. Du bist doch hier oben auf dem Skelett jetzt, ne? Ja. Und hier sind ja diese Ringe, ne? Die so nach oben gingen. Warte kurz. Rockdrag. Sprecious Draconis Obscurum. Gix. Ja? Wo bleibst du zur Hölle? Ey, stell mich nicht so an. Ich bin hier gerade dezent unter Stress. Ja, bei diesem Skelett. Hier ist so ein Riesenskelett. Ah, hallo. Da bin ich. Hi. Ah, geil. So. Kannst du nicht fliegen? Nein, der kann nicht fliegen. Doch, kann er. Aber nicht lange, der kann nur gleiten. Kannst du mich sehen? Keks? Hier ein. Weiter. Bye. Komm mal wieder zum Ding. Da bin ich immer noch. Ich hatte auch mal drei Stück oder so. Aber... Ich leichte dir ein Licht. Da bist du. Komm her. Da hin. Bleib in der Luft, egal was du tust. Was ist er denn? Schau doch mal. Bist du schon wieder weg? Der Höhle einfach ganz bis hinten folgen. Sind das jetzt neue Gegner? Der Drache, ja. Und die sind nameless auch. Die sind halt die Terminals. Wie ich schon sagte, Zombies. Hast du diesen Glu-Dings noch? Die was? Diesen Glu-Dings. Setz ihn ein. Ist da. Jo. Setz es ein. Gegen was denn? Gegen was denn? Gegen die Viecher. Oh. Wie im Trailer. Nein. Ich meinte diese Waffen, die du da hattest. Diese dicke, die aussieht. Warte, die kann ich mir holen. Jetzt wird gefickt. Hä, 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 hä. Schick. So, und hier ist jetzt das Terminal. Ich sag ja, Zombies, ne? Was? Nameless Venom. Oh. Kann ich auch so ein Ding haben? Klar. Okay. Warte, 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 warte. Strahlen kreuzen. Lass uns Taschenlamen vergleichen spielen. Nein. Aber ist geil hier, ne? Hm. Sagen wir bis 20 Uhr? Sollte reichen, oder? Dann haben wir, glaube ich, mehr als genug gezeigt. Schon wieder so ein Vieh. Vielleicht können wir dann auch was aufnehmen für Project X, wenn du Lust hast. Ja. Wenn wir irgendwas finden. Wir finden bestimmt was, wenn ich bin, wir wieder in der Runde Uno. Dann kann ich dir auch sagen, was ich vorhin überlegt habe. Ah, das ist das bestimmt. Ich bin jetzt. Oh, wir haben. Ich bin jetzt. Oh, wir haben zu. Ich bin jetzt. Wir haben. Oh, wir haben die Runde. Oh, wir haben. Hallo. Aber Keksi? Ja? Komm mal wieder raus. Wir treffen uns bei dem Skelett wieder. Es gibt ja noch eine andere Richtung. Wo bist du? Komm her. Ich bin draußen. Okay. Komm hier hoch zum Skelett wieder. Hallo. Jetzt gehen wir mal die Richtung. Wie geil das hier alles aussieht, ne? Hm. Das werden wir euch alles im Let's Play mal ganz genau zeigen. Wir wollen es uns heute nur mal angucken. Da ist der, da fliegt der Keks. Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hä? Sieht jetzt ja bald so unter Wasser. Hat euch aus. Aber war schon eine geile Gegend, ne? Das schon. Aber ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich habe dich eben noch gefunden. Aber eben habe ich dich noch gesehen. Dann warst du weg. Ja, du bist in die falsche Richtung. So, wollen wir Schluss machen für heute? Ja. Okay. Wir sehen uns dann irgendwann zum regulären Let's Play mit hoffentlich ein paar Leuten. Es werden noch weitere Infovideos folgen. Keine Bahn, ey. Äh. Oh Gott, bin ich müde. Schlaucht schon. Irgendwelche letzten Worte? Ja. Danke fürs Zugucken und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020